Dann, ähm, nächster Versuch. So, wir gucken jetzt einfach mal, ob wir ein Dorf überhaupt finden, ne? Wenn man kein Dorf, ne, vom Spawn hat, dann lohnt es sich oftmals nicht. Da unten ist ein Ruined Portal. Also ohne, dass man ein Dorf findet, braucht man oftmals nicht starten. Sieht gerade nicht so ultra gut aus. Weil ohne Village ist schlecht. Und es gibt auch nicht in jedem Village, by the way, es gibt auch nicht in jedem Village, den ganzen. Wollen wir einen Speedrun machen, wer zuerst Dias hat? Weil ich finde hier kein Village, ich würde restarten. Wir machen jetzt einen Speedrun, wie schnell man Dias findet. Fast. Und erzähl mir doch keinen! Darf ich vorstellen? Notch, OP-Apfel-Speedrun. Eine Minute. OP-Apfel-Speedrun, in einer Minute habe ich den. Geht das jetzt offiziell? Wobei ich eigentlich, ich hätte mich noch schneller draufstürzen müssen einfach, sozusagen. Okay, OP-Apfel-Speedrun. Können wir das mal so festhalten? Ja. Das war's. Ich hätte direkt da hinlaufen können. Seed. Da, das ist Seed. Aber was ist das denn auch? Random Seed, zack, OP-Apfel drin. WTF. Es gibt tatsächlich eine Offiziell-Kalorie, Obtain-Item, Golden-Apple-Random-Seed. Der Rekord ist bei 1,76 Sekunden. Mit einer Minute wärst du bei Platz 66, aber du kannst deine Aufnahme nochmal timen. Ja, würde ja keinen Unterschied machen. Kommt hin. Müsste ich halt einfach nochmal neu timen. Hey, hab ich jetzt ernsthaft den Platz 66 bei Golden-Apple-Random-Seed gemacht? WTF? Und wo muss ich das einreichen? Vor allen Dingen, ich hab das Portal ja schon gesehen, bin gar nicht hingelaufen direkt, sondern ich hab erst geguckt, ob ich noch was anderes finde. Ganz ehrlich, wär ich direkt hingelaufen, wäre das schon echt nice geworden. Ah, Mist.